Hallo, grüß euch. Wart ihr euch dabei bei die Hornbach Open? Na sicher, jetzt was Wimbledon angesagt haben, muss man sich schon anschauen. Aber habt ihr die Quali geschafft, seid ihr rein gekommen in den Hauptbewerb? Ich schon. Ich meine nicht gleich, also man muss sagen, ehrlich kommt, darfst ihr es derzeit nicht vor dem Baumarkt, aber hauptsache offen. Da muss man auch Danke sagen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich irgendwas Dringendes brauchte, aber gestern auf die Nacht habe ich mit Knaushans telefoniert, habe ich gesagt, ich mache mir solche Sorgen und er hat gesagt, trauen Sie nicht kauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, Reicht hat er, ich meine, erst sicher haben wir ausserdem, Marie, was wüssten machen, oder? Wüsste der Reichste im Friedhof sein? Na sicher, das letzte Auto ist immer ein schwarzer Kombi, wenn ich mir dachte, bringen wir das Geld wieder in die Wirtschaft hinein, ne? Na, sind wir schon gefahren, ne? Na gut, beim OBI auf der Hardik-Gasse, na gut, der hat sich angespielt, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ein Staub ist zum Tiergarten Schönbrunn hinterher, da sind die Letzten von der Warteschlange zwischen Bingo in Aquarium und zwischen der Elefantenhülle gestanden, ne? Da habe ich glaube, wieder umgedreht, ne? Also OBI gespritzt, auf Deutsch, ne? Na, aber du brauchst nicht glauben, dass es bei uns ganz anders war, ne? Weil dort hätte ich mich gefreut, dass ich reingekomme, da hätte ich nämlich ein bisschen besser hingepasst, ne? Unerreicht in Österreich, 103 Länder-Spiel. Aber okay, weiter zum Hornbach, ne? Da war es am ärgsten, ne? Also überhaupt, ne? Beim Hornbach, bitte, da war es noch ärger. Ich habe mich jetzt erst gewundert, wieso stehen da so viele Leute, das gibt es ja nicht, ne? Aber ich glaube, die Leute brauchen mittlerweile schon die Halterungen fürs Klopapier, was sie gekauft haben, ne? Habe ich mir gleich reingeschrien in die Schlange und sage ich, was ist? Gibt es heute ein Gärmwürfel und ein Heiselpapier gratis, wenn du einen Exzenterschleifer kaufst? Nein, wir sind Heimwerker, haben sie gleich raus, ne? Aber ich meine, ich verstehe es eh nicht, für einen echten Heimwerker ist natürlich ein geschlossener Baumarkt die Höchststrafe, ne? Es gibt immer was zu tun, das weiß ich schon, ne? Ich meine, die richtigen Bastler, die echten, die, was sie da gestern hingestellt haben, also das sind die Hardcore-Heimwerker, ne? Also das ist ja die Engelbärts-Strauß-Partie, die schlafen sogar im Engelbärts-Straußbild, schauen wir, ne? Der Wecker klingt wie ein Grassock, der hupft auf in der Früh, noch sechs Stunden schlafen, der Badai, jippie, 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 mach ich es zu deinem Projekt, ne? Das habe ich einmal gemacht, ich habe es einmal zu meinem Projekt gemacht, habe ich sechs Monate geschaufelt, ne? Das ist die, aber die Heimwerker, das ist die Schweißfließt, wenn Muskeln weinen, Fraktion, ne? Das ist eine ganz andere Partie, also die meinen es ernst, die rasieren sie auch nicht, das, glaubst du, irgendwas mit den Gillette Blue 2 oder irgendeiner lauwärme Sissy-Partie, der rasiert sie mit dem BU-Schaum und mit der Flex, ne? So schaut's aus, ne? Also die machen auch keine Pause. Die echten Heimwerker, die machen keine Pause, ne? Die geben in Werkzeit eigentlich nur Zeit, dass er sie erholen kann, ne? Das ist eine ganz andere Liga. Wobei, da muss ich sagen, da muss man schon aufpassen, ne? Also wenn solche Leute jetzt Zeit und Werkzeug daheim haben, ne? Die sind ja gnadenlos, ne? Also der verlegt ein 712 Quadratmeter Laminat im Garten, da brauchst du dann die Stichsack, wenn du die Hortensie reinsetzen willst, da wird die Gattin eine Potzenfreude haben, ne? Ne, wurscht kurzer Rede, langer Sinn, ne? Wir sind da eingebogen auf dem Parkplatz von den Hornbach, ne? Aber sowas hab ich überhaupt noch nicht gesehen. Da hat's ausgeschaut, wie auf der LKW-Spur in Niggelsdorf an der Grenze, wie beim Mc3 von der Ronald McDonald höchstpersönlich am Schalter sitzt und die Lava Lasse braten, ne? Da haben sie sogar in den Dillü Dillü, in den schnellsten Service für den Verkehrsfunk von Österreich, haben sie durchgesagt, Achtung Wagerlfahrer, vor den Eingängen bei den Baumärkten kommt es zu Blockabfertigung. Ja, nein, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, war Blockabfertigung, weil der alte Hornbach selber ist nämlich auf einem 3x3-Betonblock, ist er gestanden und hat die Leute abgefertigt, ne? Also auf so eine gelbe Schalterfe haben sie mit einem weißen Innentespersionspinsel aufgeschrieben Passkontrolle, ne? Mein Gott, das war eine Sonderprüfung, eine Passkontrolle beim Hornbach, hab ich mir überhaupt noch nicht gesehen. Ich hab mir gedacht, wenn der mein Spülerpass sein will, dann kann ich mich gleich brausen gehen drinnen in der Bäderabteilung, ne? Aber sonst hab ich eigentlich alles mitgehabt, nicht? Reisepass, Preisepass, Skipass, Kompass, das volle Programm, hab ich eh gesagt, nicht? Herr Hornbach, wie jetzt schaut's aus mit deinem Stangepass, Querpass, Rückpass, hätt ich alles im Repertoire, ne? Aber ich hab sogar einen Impfpass mitgehabt, nicht? Für alle Fälle, dass es nichts sein kann. Kann eh nicht sein, in Wahrheit, nicht? Weil ich gegen alles geimpft bin, also wirklich, ich bin wirklich gegen alles geimpft, wo es gibt, unser Verein zahlt's, nicht? Die hat nämlich so eine Frühjahrsimpfaktion gemacht, so eine All-Inclusive Spring Protection Injection Package, heißt das, nicht? So eins plus eins, gratis. Also Zecken zahlst und Tetanus ist dann gratis dabei, nicht? Ist weltklasse. Also bei so Halbpreisangeboten, da darfst du auch keinen Zucker machen, da musst du ruck zuck, da musst du gnadenlos zuschlagen, nicht? Ich hab gleich alles genommen, alles was er gehabt hat, alles was er mitgehabt hat, alles was er gegeben hat, und alles was ich eigentlich gebraucht hab, nicht? Also, ja, ich bin da so ein bisschen ein Hamster, also jeder, wer's gern hat, nicht? Die anderen hamstern als Häuslpapier und ich bin ein bisschen ein Impfhamster, nicht? Also die Schutzimpfungen, nicht? Da bin wir wirklich, hab ich Bocken, Zecken, Malaria, Gelbfieber, Röteln, Polio, Keichhusten, Hepatitis hab ich genommen, A, B, C, alle, C, E hab ich auch dazu genommen, nicht? Also Hepatitis quasi mit Anhängern, nicht? Weißt du nicht, was du mitsust? Und Cholera hab ich, Cholera-Light, und also der Tochter hat gesagt, wieder fertig waren mit Spritzen, so viel Spritzen brauchen sie nicht einmal bei der Tour de Frau, so wie bei den Rundumschutzern, das war mir wichtig, nicht? Ich bin, ich bin so ein bisschen ein Fan von den 1 plus 1 gratis, muss ich sagen, nicht? Weil bei sowas hab ich meinen Akkuschrauber auch gekauft, nicht? Jetzt hab ich zwei Akkuschrauber, gut, brauchst du aber eh nicht, einen zum Einen dran, einen zum Außen dran, nicht? Aber draußen, muss ich sagen, bei den Hornbach auf dem Gelände, die Leute höchst diszipliniert, hat's nichts gegeben, nicht? Die haben sich wirklich brav angestellt, alle hinter mir, nicht? Naja, sicher, ich mein, was haben sie geglaubt? Ich mein, ich bin ja gleich fähig, nicht? Zwischen die Wageln, zigzag bin ich durchgefahren und der Kleiner geschrien, nicht? Hallo, hallo, hinten angestellt! Sag ich, locker bleiben, erstens bin ich der Herzog von Österreich und außerdem über einen Euro eingesteckt ins Wageln, nicht? Also wie Einsatzwagel, also wie Führung, nicht? Also fahren sie auf Zeit, nicht? Das sind mir überhaupt die Liebsten, nicht? Von halber sieben in der Früh bis um drei, vier Lanz vor dem Baumarkt stehen und dann auf die Nacht Hashtags stay at home posten, nicht? Das habe ich, das brauche ich. Na, sag ich eine, bin ich zum Verkäufer hin, nicht? Wollte ich mir was kaufen, sag ich, grüße, ich brauche eine Dreiviertel Zolldichtung, nicht? Sagt er, für eine Überwurfmutter, sag ich, nein, für mich, nicht? Nur wenn man so fachsimpel, schreit man von hinten eine, wann kann man in die Gartenabteilung, ich brauche denn nur ein paar Bodendecker, nicht? Trau mich um, sag ich, ja, aber was ist Bodendecker, das braucht kein Mensch, du brauchst einen Maundecker oder du brauchst einen Raumdecker, nicht? Wenn du an einem Boden legst, brauchst du den nicht mehr decken, wird er noch dem eh schon noch umgeschnitten, nicht? Was meinen Sie? Sag ich nicht, ich will dir gleich zeigen, was ich meine, bin ich hinten gegangen, wirklich, bis zu der Verlängerungskabel, nicht? Hab ein bisschen einen Anlauf genommen und dann von der Seite, weißt du, schön mit dem aufgestellten Bog mit der Sohle, nicht? Bin ich eh nicht gut auf den kleinen Boden, muss ich sagen, aber ich bin ein bisschen verschätzt auch. Bin, glaube ich, elf Meter gerutscht, nicht? Da hat es einen Schnalzer gemacht, wie ich den angeschossen hab von der Seite, bester deppert, normal beim Gegenspiel ist der Halbschau nicht, nicht? Den hat es die Augen rausgedruckt, wie Walschdruck stoppen, nicht? Der ist geflogen bis in die Sanitärabteilung, durch die offenen Tieren, wo sie vorher eingegrennt sind, in Hornbach, nicht? Bei der Kass hat gleich die Diebstahlsicherung zum Leiten angefangen, der Murztheater, ja, aber ich meine, ich habe mich abbehalten, bin aufgestanden, habe zwei, drei Autogramme gegeben, und dann hat er eins oder zwei Selfie gemacht auf drei Meter Abstand, nicht? Aber macht ja nichts, da sind wir heimfahren, nicht? Ich muss ehrlich sagen, pfeif auf die Hornbach-Dichtung, oder? Eine vom Schiller oder vom Goethe wird es auch tun, gesund bleiben.